Und Veränderung bedeutet eben immer, dass man sich aus seiner eigenen Komfortzone bewegen muss, dass man etwas dazu lernt. Ich bin der Meinung, da muss man keine Angst vor haben, weil wir nehmen ja niemandem etwas weg, sondern ich glaube, da steckt etwas sehr Großartiges dahinter. Meine nicht-binäre Identität wird ganz oft in Frage gestellt und da habe ich mir mittlerweile aber echt so eine Schutzhülle angeeignet, weil ich weiß, das hat immer etwas mit der Person selber zu tun. Es ist immer eine eigene Unsicherheit, auch mit der eigenen Identität und der eigenen Sexualität. Und das reflektiert diese Person auf mich. Repräsentanz hilft einfach, Diskriminierung und Vorurteile abzuschaffen in jedem Bereich und so eben auch bei queeren Identitäten. Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fück und bevor es gleich losgeht, möchte ich euch kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Leni Bolt ist Work-Life-Coach und Teil der deutschen Version der erfolgreichen Netflix-Serie Queer Eye. In der Sendung berät sie zusammen mit fünf weiteren Queer und Coaches verschiedene Personen in Alltagsfragen zu Mode, Lifestyle und Lebensausrichtung. Sie selbst kümmert sich dabei vor allem um die großen Fragen des Lebens und das Self-Image der Kandidaten und Kandidatinnen. Leni definiert sich selbst als non-binär und setzt sich für eine offenere und tolerantere Gesellschaft ein. Sie geht offen mit ihrem zurückliegenden Burnout um und versucht, ihre Erfahrungen zu nutzen, um anderen zu helfen. Ich wollte von Leni wissen, wie man eigentlich Coach wird, mit welchen Vorurteilen und Verurteilungen sie bis heute zu kämpfen hat und wie sie es trotz allem geschafft hat, zu einer beeindruckenden, selbstbewussten Persönlichkeit zu werden. Bevor wir aber gleich in das Gespräch starten, noch ein Hinweis und eine Einladung für euch. Am 5. und 6. Juli findet in München nach zwei Jahren Pandemie-Pause endlich wieder unser 48 Forward Festival statt. An zwei Tagen geht es hier um unsere Zukunft, um die großen Themen unserer Zeit. Und ihr habt die Möglichkeit, bei einigen Podcast-Aufzeichnungen live dabei zu sein. Darunter unter anderem auch ein Episode Gin & Talk mit Jan Weiler am ersten Festivalabend. Meldet euch an und seid live dabei. Alle Infos findet ihr unter 48f.de slash festival. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin & Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht-düstere Atmosphäre unserer Studiobahn. Leni, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können und so ein bisschen über dein Leben sprechen können, über Queer Eye, über Diversität, über das Leben. Herzlich willkommen bei Gin & Talk. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute dabei zu sein und ich liebe tatsächlich Gin Tonic, deswegen sehr, sehr lecker. Ja, sehr gut, genau. Du hast ein super spannendes Leben aus ganz, ganz vielen Gründen. Und ich fange gleich mal mit einer harten Frage an sozusagen. Wie sehr nervt es dich eigentlich, dass bei all den vielen Facetten deines Lebens es eigentlich trotzdem immer irgendwie um deine Sexualität geht? Ja, sehr schön, dass du damit einsteigst. Es gab eine Zeit lang, da hat mich das sehr genervt, um so auf meine Identität und meine sexuelle Identität reduziert zu werden. Beziehungsweise hat es sich immer so angefühlt, weil das ist das Thema, worüber ich eben sehr oft spreche, weil das die Menschen interessiert. Aber mittlerweile habe ich einfach verstanden, dass ich so eine Art Bildungsauftrag nun mal habe. Und den habe ich mir angenommen und freue mich, wenn ich Menschen helfen kann, wenn ich auch Sichtweisen öffnen kann. Deswegen sehe ich das auch so ein bisschen als kleine Lebensaufgabe mittlerweile. Ich habe vor zwei Wochen eine Episode aufgenommen mit Julia Shaw, die gerade dieses Buch über Bisexualität geschrieben hat. Und wir haben auch ganz viel darüber gesprochen, wie das so ist mit Vorurteilen und Stigmatisierung und so weiter. Was ist denn deine Perspektive darauf? Warum haben wir denn in unserer Gesellschaft immer noch diese ganzen Vorurteile, diese Reduzierungen, diese Stigmata, wenn es um nicht heteronormativ lebende Menschen geht? Also es ist ja irgendwie immer irgendwie so ein Thema. Klar, es hat sich gebessert, würde ich jetzt mal behaupten. Aber das ist auch nur so meine heteronormative Brille auf das Thema. Ich glaube, wir sind da offener geworden in unserer Gesellschaft. Wir sind vielleicht ein bisschen, ja, es spielt vielleicht nicht mehr so eine große Rolle, aber ich habe das Gefühl, das ist trotzdem immer noch ein Riesenthema, dass Menschen, die eben nicht heteronormativ leben, immer noch ein Riesenthema mit Vorverurteilungen und Co. haben. Kannst du mit all den Erfahrungen, die du gemacht hast, inzwischen irgendwie einordnen, warum das überhaupt so ist? Da muss man, glaube ich, eine kleine Zeitreise machen, die nicht mal so lange her ist. Ich meine, überleg mal, in den 70er Jahren durften Frauen offiziell noch nicht mal arbeiten ohne die Erlaubnis ihres Mannes. Und wenn man mal überlegt, ist es noch gar nicht so lange her. Ich finde das ein bisschen gruselig. Das heißt, wir sind natürlich auf einem langen Weg der, ja, Diversität und Inklusion in unserer Gesellschaft. Ich sage immer, uns gab es schon immer, uns queeren Menschen, nur wurden wir halt eine lange Zeit unterdrückt. Und jetzt ist es halt endlich soweit, dass wir auch stattfinden in den Medien, in der Öffentlichkeit und dass Menschen uns sehen. Und was ich ganz oft zu hören bekomme, ist dann immer so diese komische Aussage, ah, das ist doch alles nur ein Trend und nicht binäre Menschen gibt es nicht. Aber wenn man mal geschichtlich schaut, gab es uns eigentlich schon immer. Und auch in den indigenen Völkern zum Beispiel gab es auch schon nicht binäre Geschlechter. Und jetzt ist einfach gerade wieder die Zeit, wo wir sichtbar werden. Und ich bin so dankbar dafür und nutze jede Chance, wie auch jetzt heute in diesem Podcast darüber zu sprechen, damit Leute das verstehen. Und ich glaube, es hat auch viel mit Angst zu tun. Ja, wenn du sagst aus der heteronormativen Brille, wenn du nicht wirklich viel mit queeren Menschen zu tun hast, dann hast du vielleicht auch Angst vor uns, aber wir beißen nicht. Alles gut. Du bist Teil von Queer Eye Germany. Ging vor kurzem, vor ein paar Wochen auf Netflix los. Jetzt kennen vielleicht viele der Hörer das US-Original, zumindest aus den letzten Jahren schon. Jetzt eben auch die deutsche Version. Du bist Teil davon. Wie kam es dazu? Ich habe tatsächlich vor zweieinhalb Jahren eine Anfrage bekommen von der Produktionsfirma per E-Mail. Und da hieß es so, ja, wir suchen fünf queere Coaches für ein Format. Und mir war irgendwie sofort klar, okay, das ist Queer Eye, weil ich mag das US-Format total gerne. Ich habe das auch vorher immer gern geschaut. Und die haben sich aber noch sehr bedeckt gehalten am Anfang. Und da dachte ich mir, hoffentlich wird das nicht so eine schlechte Kopie, wie man das ganz oft leider in Deutschland ja hat, dass so Sachen so nachgemacht werden. Und als ich aber wusste, es ist wirklich das Original, es wird mit Netflix produziert, die ja sehr qualitativ hochwertige Sachen produzieren, war für mich klar, okay, ich bin dabei, ich habe Lust darauf. Und dann ging die Reise los. Und jetzt habt ihr in der ersten Staffel eine ganze Menge Leben umgekrempelt. Wie viel Spaß hast du daran, dich in so einen Menschen mit seinem ganzen Umfeld quasi reinzudenken und dann zu überlegen, hey, wie kann ich dem jetzt vielleicht helfen? Ich glaube, das liegt in meiner Natur. Ich bin ja sonst auch Work-Life-Coachin. Also ich helfe Menschen dabei, eine bessere Balance zwischen beruflichem und privatem Leben zu schaffen. Und bei Queer Eye war die Thematik natürlich noch offener. Ja, also da sind Menschen zu mir gekommen mit ganz verschiedenen Problemen. Und ja, mir macht es einfach Spaß, mich mit den Menschen zu unterhalten und Stück für Stück zu verstehen, wo sind diese Stellschrauben, wo sind die Stolpersteine in ihrem Leben und wo kann ich einen Anstoß geben? Das hat natürlich im Rahmen der Produktion total Spaß gemacht, weil ich viel mehr Möglichkeiten hatte. Ja, ich bin mit Nils zum Beispiel einen riesigen Turm hochgeklettert. Ich war auf einer Alpaka-Wanderung mit Eugen und habe sehr, sehr schöne Dinge mit unseren Alltagsheldinnen erlebt. Und für diese Zeit bin ich auch sehr dankbar. Gab es bei dir irgendwann so diesen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, dieses Coach-Thema ist was, was für mich wirklich in Frage kommt? Also oft hat man ja irgendwie so diesen Moment, wo man merkt, hey, irgendwie, ich glaube, ich kann oder ich möchte anderen Menschen helfen. Gab es da bei dir so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, okay, ich mache das jetzt wirklich? Ja, definitiv gab es den. Und zwar habe ich vor ein paar Jahren an einem Burnout gelitten, was übrigens auch der Grund war, warum ich dann nach Mallorca, nach Spanien ausgewandert bin, um mich selbst ja wieder zu heilen. Und dann gab es, als ich mich besser gefühlt habe und wieder die Energie gesammelt habe, die Kraft gewonnen habe, war mir klar, okay, ich möchte etwas verändern. Ich möchte, dass andere Menschen nicht so weit kommen müssen, dass sie nicht da reinrutschen. Und dadurch ist das so ein bisschen entstanden, dieser Coaching-Gedanke, dass ich gerne anderen Menschen helfe, dass mir das auch was zurückgibt. Warum sind wir eigentlich so schlecht darin, diese Balance zwischen Arbeit und Privatleben quasi zu finden? Also egal, wie reflektiert man da mit sich selbst umgeht, ich kenne es selbst von mir. Ich habe auch Phasen, wo ich mir denke, so im Rückblick, oh Mist, die Balance habe ich jetzt gerade mal wieder irgendwie verloren. Zum Glück kann ich es dann irgendwie reflektieren und wieder irgendwie zurückrudern. Aber es ist ja eigentlich immer so ein Dauerthema. Also wir neigen ja schon dazu, dass wir irgendwie uns in Arbeit verlieren und ja irgendwie diese Balance dann auch verlieren. Hast du eine Idee, woran das eigentlich liegt? Also eigentlich müsste ja unser Wohlbefinden für uns selber irgendwie an erster Stelle stehen. Aber scheinbar sind wir da nicht so gut darin. Ich glaube, es liegt hauptsächlich an zwei Faktoren. Auf der einen Seite haben wir das Thema New Work. Wir haben die Möglichkeit, also die meisten von uns haben die Möglichkeit, von überall aus zu arbeiten, auch im Homeoffice zu arbeiten. Und da geht es schon los, dass wir selber Schwierigkeiten haben, uns Grenzen zu setzen und zu sagen, okay, ich arbeite jetzt trotzdem nur von 9 to 5. Und wenn du dann aber deinen Schreibtisch im Wohnzimmer stehen hast und dein Laptop da aufgeklappt ist, dann verschwimmt das ganz schnell, ja, dein Privatleben mit deinem beruflichen Leben. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch die Digitalisierung an sich. Wir sind die ganze Zeit auf Abruf. Unsere Vorgesetzten können uns vielleicht auch bei WhatsApp schreiben. Unser E-Mail-Postfach ist auch auf dem Handy. Das sind so Dinge, die da auch mit einfließen, dass du eigentlich 24-7 erreichbar bist. Und was ich dann immer versuche weiterzugeben ist, es ist ganz, ganz wichtig, dass man selber lernt, sich Grenzen zu setzen und auch den anderen Grenzen aufzuzeigen und zu sagen, okay, von dann und dann bin ich erreichbar, aber ab diesem Zeitpunkt habe ich wirklich Feierabend und da kann mich niemand mehr erreichen. Und das müssen wir halt ganz streng selbst durchziehen, weil das niemand anders für uns tut. Du hast gerade erzählt, du hattest einen Burnout. Was war der Moment, wo du gemerkt hast, ich habe da jetzt echt ein Problem? Also gab es da so einen Moment in diesem Prozess, wo du für dich selbst erkannt hast, okay, irgendwie so kann es nicht weitergehen. Ich muss mir jetzt vielleicht auch Hilfe suchen. Das hat sich bei mir körperlich gezeigt. Also ich hatte wirklich körperliche Symptome. Ich hatte total krasse Schlafprobleme. Ich bin nachts im Schweiß gebadet, aufgewacht, immer so in so einem Schockstatus. Ich hatte kribbelnde Hände, Konzentrationsschwierigkeiten, Dauermüdigkeit war auch ganz extrem. Also ich war immer müde und wollte eigentlich am liebsten, ich habe mich richtig gefreut, wenn wieder abends war und ich schlafen gehen konnte. Und das war wirklich keine schöne Phase. Und es hat aber auch eine Zeit lang gedauert zu verstehen, dass es ein Burnout ist. Also ich dachte, okay, ganz pragmatisch. Ich bin zu Ärztinnen gegangen und habe gefragt, was ist denn los? Die haben alle nichts entdecken können. Und irgendwann hat es einen Klick gemacht und ich habe verstanden, okay, das ist was Psychosomatisches. Das ist ein Burnout. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich muss etwas verändern. Ich muss etwas an meinem Lifestyle auch verändern. Arbeit ist nicht alles. Ich war immer sehr karrierefokussiert. Und das hat sich mittlerweile so ein bisschen ausgeglichen. Also für mich ist Karriere, ist dieser Begriff neu definiert. Also ich mache Karriere für mich selber und muss niemandem anderes etwas beweisen. Und hier auf Mallorca habe ich auch das Gefühl, dass ich eine bessere Balance schaffen kann. Und ich mache auch privat viel mehr verschiedene Dinge. Ich mache Yoga total gerne. Ich gehe gerne wandern. Hier kann man natürlich auch schön mal zwischendurch an den Strand. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen, aus dieser Zeit herauszukommen. Jetzt wurde ja in den letzten Jahren, und ich sage bewusst vor der Pandemie, wurden diese Themen Burnout, Depressionen immer noch so ein bisschen von vielen belächelt und mit vielen Vorurteilen belastet. Ich habe so das Gefühl, die Pandemie hat uns da auch so ein bisschen bewusster werden lassen als Gesellschaft, dass es wirklich ein Thema ist. Weil wir, also auch in dem Prozess der Pandemie, vielleicht auch nicht bedingt durch die Pandemie, aber ich finde so, gerade die letzten zwei, drei Jahre gab es auch viel mehr prominente Persönlichkeiten, die dann auch mal öffentlich rausgegangen sind und gesagt haben, ich hatte einen Burnout, ich hatte eine Depression, die vielleicht sogar Bücher darüber geschrieben haben, die dem Ganzen eine ganz andere Öffentlichkeit gegeben haben. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute jetzt auch viel offener darüber reden, wenn sie solche Themen haben oder sich auch einfach nicht wohlfühlen, dass sie vielleicht auch eher mal zum Psychologen gehen, zum Therapeuten gehen und da mal auch selber für sich herausfinden, was ist das eigentlich, was ich da habe. Geht es dir da ähnlich? Also würdest du auch sagen, dass die Situation da eine bessere geworden ist? Auf jeden Fall. Ich merke das allein schon daran, dass es ja mittlerweile auch viel mehr Apps, zum Beispiel im App Store gibt, zum Thema mentale Gesundheit. Und ich sehe das auch bei Instagram immer wieder. Es gibt Accounts, die sich nur auf das Thema mentale Gesundheit fokussieren. Und den Menschen ist es einfach wichtig geworden, weil sie gemerkt haben, okay, wenn ich nur arbeite, dann geht es mir irgendwann schlecht. Und das kann es irgendwie nicht sein. Und wir müssen uns selber Tools aneignen, damit es uns besser geht. Ich spreche auch auf meinem Instagram-Kanal ganz offen über mentale Gesundheitsthemen und versuche auch so Tipps weiterzugeben. Das ist mir auch irgendwie so wichtig, dass ich einen Mehrwert liefere und nicht nur so ein paar Laber mache über mein Leben, über mein schönes Leben auf Mallorca. Deswegen glaube ich, es ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Freut mich voll. Jetzt haben wir ja zwei Jahre irgendwie, viele von uns, du hast es schon gesagt, im Homeoffice gearbeitet, haben auf einmal selbst in Unternehmen, die nie dazu bereit waren, ihre Mitarbeiter von zu Hause arbeiten zu lassen. Selbst die mussten irgendwie umdenken. Jetzt habe ich so das Gefühl, wo die Pandemie langsam einigermaßen unter Kontrolle ist, kommen alle wieder zurück ins Büro, weil sie froh sind, mal wieder Menschen zu sehen. Und es schwankt wieder so ein bisschen in die andere Richtung. Aber irgendwie scheint es sich auch einzupendeln. Also die Leute haben, glaube ich, auch gemerkt, zu viel Homeoffice ist irgendwie auch nicht gut. Also man braucht irgendwie so eine Balance. Glaubst du, wir sind da in der Lage, einen guten Mittelweg zu finden? Also, dass man vielleicht sagt, okay, ich bin drei Tage die Woche im Homeoffice, zwei Tage komme ich ins Büro oder vielleicht auch nur einen Tag. Also dieses, ich nenne es mal selbstbestimmte Arbeiten, sind wir da vielleicht endlich an der Schwelle, dort hinzukommen, dass jeder für sich selbst verantwortlich sagt, hey, heute habe ich die und die Tasks, die sind viel besser, wenn ich die von daheim aus mache. Morgen ist vielleicht dies und das. Da brauche ich vielleicht die Leute im Büro um mich herum. Das wäre ja eigentlich der Idealzustand, oder? Dass wir da irgendwie mal hinkommen. Voll gut, dass du das ansprichst. Ich finde das auf jeden Fall super zukunftsorientiert. Und ich glaube, dass es langfristig auch in die Richtung gehen wird, dass es gar keine Offices mehr im klassischen Sinne gibt, sondern eher so Coworking Spaces mit Präsentationsräumen, wo Leute sich wirklich für Meetings treffen. Und dass die Menschen einfach aber zu Hause auch arbeiten können. Und wie du schon gesagt hast, eben diese Selbstbestimmtheit. Ich glaube, das wird der nächsten Generation immer wichtiger sein. Und da müssen Unternehmer auf jeden Fall mitziehen, dass man nicht mehr die Leute an den Bürostuhl fesselt, sondern sagt, ihr dürft arbeiten, wo ihr möchtet. Und manchmal ist es halt wirklich schöner. Oder auch, ich finde gerade in so Meeting-Situationen, finde ich es live oft einfacher und auch kreativer. Und dafür sind halt dann so Spaces, glaube ich, total spannend, wo man sich wirklich treffen kann, wo man zusammenkommt, um zu reden. Jetzt habe ich mir natürlich auch ein bisschen die Queer Eye-Folgen angeschaut. Und gerade auch in der ersten Folge zum Beispiel, merkt man sehr schnell, dass du wahnsinnig selbstbewusst bist. Also du bist, ich sage jetzt mal, das Gegenteil von schüchtern. Und du springst einfach in die Situation rein. Also auch gerade bei dem, den ihr da gecoacht habt. Ich habe mich gerade an diese Dating-Szene erinnert, wo er kichernd vor dir saß und nicht so richtig wusste, wie er mit dir umgehen soll. Ist das was, was schon immer in dir war? Also dieses Selbstbewusstsein? Oder war das ein Prozess, den du erstmal für dich selbst finden musstest? Und also warst du früher vielleicht das Gegenteil davon, super schüchtern und zurückhaltend und hast dann irgendwann für dich selbst gemerkt, nee, so funktioniert es irgendwie nicht und dann den Dreh gefunden? Oder war das schon immer so bei dir? Also das Wort Selbstbewusstsein ergibt sich ja eigentlich aus dieser, ja, also eigentlich sagt man ja sich selbstbewusst sein. Und ich glaube, dass viele queere Menschen sich selbstbewusst sind, weil wir schon im frühen Kindesalter uns so reflektieren müssen, weil andere uns als anders wahrnehmen. Und das kann natürlich auch super negativ sein, ja. Also ich habe als Kind voll die krassen Mobbing-Erfahrungen leider machen müssen in der Schule. Du weißt einfach, also du verstehst in dieser Zeit gar nicht, warum. Du denkst einfach, ich bin doch wie alle anderen. Und die anderen sehen das aber nicht so. Und deswegen musste ich schon im Kindesalter und im jugendlichen Alter ganz viel mich selbst reflektieren und habe deswegen eben so ein Bewusstsein für mich selbst geschaffen aus dieser Queerness heraus. Und ich war früher ein super schüchternes Kind. Also ich konnte nicht mal ein Eis irgendwo bestellen. Ich habe immer meine Mutter vorgeschickt. Und ich glaube wirklich, dass diese Queerness eine große Rolle dabei gespielt hat, dass ich immer mehr verstanden habe, wer ich bin. Und das gibt natürlich so ein Selbstvertrauen irgendwann. Wie sah denn dieser Prozess des Dich-Selbst-Kennenlernens aus? Also ich könnte mir vorstellen, ist es ja jetzt auch nicht so, dass man als Kind sofort weiß, was da eigentlich mit einem passiert. Man merkt vielleicht nur irgendwie, ich ticke nicht ganz so normal, in Anführungsstrichen, wie alle anderen um mich herum. Also irgendwie bin ich anders. Irgendwie bin ich vielleicht, ja, ich passe nicht so in diese Muster der anderen hinein vielleicht. Also man hat ja dieses ganze Wissen noch gar nicht über Sexualität, über irgendwelche Themen drumherum. Also wie war da bei dir dieser Prozess, wo du gemerkt hast, ja irgendwie ist da was nicht so wie bei den meisten anderen um mich herum? Also ich glaube, tief in mir drin wusste ich immer, dass ich eigentlich non-binary bin oder nicht binär, weil ich immer diese weibliche Seite auch hatte. Ich habe sie nur lange Zeit eben unterdrückt, weil das eben nicht der gesellschaftlichen Norm entspricht. Und als ich dann mit 18 Jahren nach Berlin gezogen bin, die Stadt der Freiheit und Selbstentdeckung. Ich habe letztens, ich habe kürzlich gelernt, das ist die Regenbogenhauptstadt. Echt, ja? Hat mir jemand erklärt, ja. Ja, das stimmt. Also viele, viele queere Menschen suchen auf jeden Fall Flucht in der Hauptstadt. Ich habe es auch getan. Zehn Jahre lang habe ich in Berlin gelebt. Die Stadt hat mir wirklich geholfen, weil sie einem so viel Freiraum gibt und so viel Platz, sich selbst zu finden und selbst zu entdecken. Und ja, das war auf jeden Fall eine Achterbahnfahrt. Das kann ich dir sagen. Eine Achterbahnfahrt der Gefühle und der Selbstentdeckung inklusive Therapie. Ja, also ich dachte auch lange Zeit, dass ich trans, klassisch transsexuell bin und eine Geschlechtsangleichung machen möchte. Also wirklich von Mann zu Frau. Und ich habe aber durch die Therapie und während dieser Therapie für mich verstanden, dass ich in dieser anderen Rolle auch unglücklich werde. Und deswegen bewege ich mich eben dazwischen. Und dafür habe ich diese Begrifflichkeit nicht binär, non-binary entdeckt. Und das passt eigentlich so am besten zu mir. Wenn uns jetzt Leute zuhören, die noch nie irgendwie mit einer non-binären Person in Kontakt gekommen sind und gar nicht so richtig wissen, was es eigentlich ist. Kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, wie du das für dich tatsächlich definierst? Also du hast es ja gerade schon so ein bisschen umschrieben. Aber nochmal für die, die davon so gar keine Ahnung haben, damit wir so eine kleine aufklärerische Mission gleich noch miterfüllen. Ja, also non-binary ist eigentlich so das Label fürs Nicht-Labeln. Ich sehe mich halt nicht als Mann. Ich sehe mich aber auch nicht wirklich als Frau, sondern bewege mich eben auf diesem Spektrum dazwischen. Ich glaube, eh das Geschlecht auf einem Spektrum stattfindet und wir alle irgendwie auch beides ein bisschen in uns haben. Und bei mir ist es halt ein bisschen extremer ausgeprägt, würde ich sagen. Und deswegen, also ich bin eh kein großer Fan von Labels an sich, aber damit ich mich anderen Menschen erklären kann, sage ich halt, ich bin non-binary, damit sie Verständnis dafür bekommen, wie ich mich selbst identifiziere. Dieses Thema mit den Labels, das ist ja so ein kulturell gelerntes Ding, dass wir sagen, hier Mann, Frau, weil wir auch vieles andere dazwischen und darüber hinaus meistens gar nicht so in unserem Umfeld kennenlernen oder erst spät kennenlernen. Wir auch geprägt sind natürlich durch unsere Eltern, die meistens klassische binäre Paare sind sozusagen. Und sagen, glaubst du denn, dass wir irgendwann mal in eine Gesellschaft kommen, in der wir gar nicht mehr so sehr über Geschlechter nachdenken, sondern einfach nur sagen, ah, das ist Leni. Eigentlich ist mir völlig egal, ob Mann, Frau, binär, non-binär, was auch immer, weil es ist ja am Ende immer noch Leni. Also es ist ja, du bist ja deshalb nicht Mensch, sondern eigentlich bist du einfach nur Mensch. Und ob männlich, weiblich oder was auch immer, ist doch eigentlich vollkommen egal, oder? Ja, das hast du total schön gesagt. Und das ist ja auch so ein bisschen meine Mission, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, dass wir alle gemeinsam als Gesellschaft miteinander auskommen, dass es keine Pride-Demonstrationen mehr geben muss, wo wir queere Menschen für unsere Rechte kämpfen müssen, sondern dass wir, ja, alle Hand in Hand als Gesellschaft funktionieren. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ich meine, gerade in Deutschland, ich sehe das auch in der Unternehmenswelt, es gibt mittlerweile den Beruf des Diversity Managers. Das sind Menschen, die sich wirklich täglich damit auseinandersetzen, dass Vielfalt auch im Unternehmen zum Beispiel gelebt wird. Und das sind so kleine Lichtblicke für mich, wo ich sehe, okay, es geht in eine richtige Richtung. Weil du es gerade ansprichst, diese ganzen, also so gut wie jedes große Unternehmen hat jetzt neuerdings in ihre schönen kleinen Büchlein mit den Werten auch das Thema Diversität mit aufgenommen. Wenn man dann aber mal hinter die Kulissen schaut, merkt man schnell, ganz so sehr ist es da, ganz so gut ist es um die Diversität vielleicht gar nicht mal bestellt. Also glaubst du diesen, ja, erstmal Marketing-Parolen, glaubst du, dass da wirklich was hinter den Kulissen passiert? Oder ist es eigentlich nur so ein bisschen so ein, ja, so ein schöner zusätzlicher Wert, den man irgendwo neben Nachhaltigkeit und irgendwie faires Handeln und was man da, Transparenz, was man da so alles schön gerne in diese Marketing-Broschüren reinschreibt. Also glaubst du, glaubst du, dass wir die Unternehmen da wirklich so ein bisschen beim Wort nehmen können und sich wirklich was verändert? Oder fällt man dann doch irgendwie gerade in Krisenzeiten wie jetzt in die alten, bewährten Strukturen zurück und traut sich dann doch nicht mehr mal neu zu denken? Das ist ein super wichtiger Punkt, den du ansprichst. Leider, gerade zum Pride-Month im Juni, gibt es ganz viele Unternehmen, die nur im Juni etwas mit queeren Influencerinnen machen und sich die Pride-Flag irgendwo auf ihr Facebook-Logo klatschen. Und das ist ganz klassisches Pinkwashing. Also wirklich, das nur als Marketing-Kanal für sich zu nutzen, weil es gerade irgendwie trendy ist und hip und der Regenbogen irgendwie so schön bunt zum Sommer passt. Da muss man einfach ein bisschen tiefer reinschauen und sich mit dem Unternehmen befassen und schauen, okay, was tun diese Menschen wirklich für unsere Community? Wird vielleicht auch ein Teil gespendet bei einem Modeunternehmen zum Beispiel, wenn die eine Pride-Kollektion rausbringen? Wird ein Teil an eine Organisation gespendet oder nicht? Werden die Creator vergütet für diese Promotion oder werden sie ausgenutzt? Also ich erinnere mich auch, vor ein paar Jahren gab es auch, das war wirklich das Paradebeispiel, das war ein Automobilkonzern. Die haben in Deutschland dann auf ihrer Instagram-Page ihr Logo mit der Pride-Flagge hinterlegt. Auf der Dubai-Seite aber nicht. Und da merkst du dann auch, okay, das funktioniert dann scheinbar auch nur in einigen Ländern und es wird nicht wirklich komplett durchgezogen, wofür dieses Unternehmen steht. Und da ist es wirklich wichtig, dass man mal dahinter schaut und guckt, macht dieses Unternehmen auch wirklich langfristig und das ganze Jahr über etwas für die queere Community oder ist es eigentlich nur ein Marketing-Trick? Was ich oft immer so ein bisschen komisch finde, wenn ich mir Veranstaltungen rund um Diversität anschaue, dann sehe ich ganz oft Frauenveranstaltungen, sage ich jetzt mal, also ein Frauen-Dinner, Frauen-Lunch gab es jetzt gerade letzte Woche hier in München im Rahmen von einer großen Veranstaltung, wo dann wieder nur Frauen da saßen. Wenn ich mir auch queere Events anschaue, dann sind da meistens queere Menschen da, aber sehr wenige hetero-normative Menschen. Also eigentlich, wenn wir wirklich Diversität ernst nehmen, müssen wir es doch hinbekommen, dass wir alle einmal durchmischen und alle zusammenbringen und mal einmal ordentlich umrühren und sagen, hey, lernt euch mal alle kennen und kommt mal zusammen. Also warum sind diese ganzen Diversity-Veranstaltungen immer so für eine Schublade in Anführungsstrichen und warum schaffen wir es nicht mal wirklich alle zusammenzubringen? Also ich muss sagen, auf den Panel-Talks, auf denen ich war, du hast recht, teilweise ist es so, dass es oft ein Frauenthema ist. Liegt vielleicht auch leider daran, dass viele Männer denken, dass es nicht so wichtig ist und vielleicht auch deswegen nicht gerne zu so einer Veranstaltung kommen. Aber ich bin da total deiner Meinung. Also wenn wir etwas verändern wollen und etwas schaffen wollen, dann müssen wir ja ein Abbild der Gesellschaft irgendwie zum Beispiel in so einer Panel-Runde schaffen und auch wirklich eine Spokesperson für eine Community sozusagen da sitzen haben. Das heißt, da muss ein Hetero-Mann sitzen, da muss eine queere Person sitzen, da muss vielleicht auch eine schwarze Transfrau sitzen, die von Diskriminierung betroffen ist, damit wir eben eine Gesprächsrunde schaffen und eine Basis schaffen, wo wir Veränderungen erreichen können. Was glaubst du denn, woran das scheitert? Also es ist vielleicht auch so, dass wir inzwischen, also wir haben ja schon drüber geredet, Labels sind eigentlich so ein bisschen nervig, aber wir haben ja inzwischen so wahnsinnig viele Labels. Also die Vielfalt ist ja riesig, ist ja auch gut so. Aber mit diesen fünf Millionen Labels, man kommt ja kaum noch hinterher, sage ich jetzt mal, auch dann diese Leute alle mal zusammenzufinden. Also wenn ich da anfange, also wir machen ja auch Veranstaltungen, das heißt, wenn ich jetzt anfange, ein Panel zu besetzen, dann brauche ich ja fast schon irgendwie 20 Stühle in diesem Panel, um überhaupt mal wirklich die Vielfalt abzubilden. Ja, dann musst du das, glaube ich, so machen. Dann musst du 20 Stühle da hinstellen. Ja, wenn man es wirklich ernst nimmt, dann müsste man es eigentlich mal tun. Aber ich habe so aber noch nirgends irgendwo gesehen, dass das mal jemand gemacht hätte. Ja, also voll, klar, unsere Gesellschaft ist mega vielfältig und divers. Und wenn du es wirklich richtig machen willst, dann musst du eben eine Person aus jedem Bereich irgendwie da sitzen haben. Und klar, es gibt ja manchmal auch so Nischen, Nischenthemen, wo man sich vielleicht auf, weiß ich nicht, zwei, drei Personen fokussieren kann. Aber im Grunde genommen hast du recht. Und es ist natürlich, und ich glaube, das ist auch das Problem, weshalb so viele Leute so müde davon sind und Angst vor so Diversitätsthemen haben, weil es eben Veränderung bedeutet. Und Veränderung bedeutet eben immer, dass man sich aus seiner eigenen Komfortzone bewegen muss, dass man etwas dazulernt. Ich bin der Meinung, da muss man keine Angst vor haben, weil wir nehmen ja niemandem etwas weg, sondern ich glaube, da steckt etwas sehr Großartiges dahinter, wenn wir es zulassen, dass wir jetzt auch nochmal zurück auf das Arbeitsthema zu kommen, dass wir eine diverse Arbeitsgruppe haben. Ich glaube, da kommen viel bessere Ergebnisse und viel kreativere Ansätze bei herum, als wenn das jetzt nur aus einer Gruppe kommt. Das hast du ja in deiner Laufbahn, auch in deiner beruflichen Laufbahn, immer wieder auch mit Vorurteilen, mit Anfeindungen und so weiter auch zu kämpfen gehabt. Wie gehst du denn heute mit Menschen um, bei denen du merkst, der ist jetzt einfach voller Vorurteile oder feindet dich vielleicht sogar an? Wie gehst du heute mit solchen Situationen um? Meine nichtbinäre Identität wird ganz oft infrage gestellt und da habe ich mir mittlerweile aber echt so eine Schutzhülle angeeignet, weil ich weiß, das hat immer etwas mit der Person selber zu tun. Es ist immer eine eigene Unsicherheit, auch mit der eigenen Identität und der eigenen Sexualität und das reflektiert diese Person auf mich und da sage ich aber halt, stopp, that's not my job, du musst die Arbeit irgendwie selber machen und dich selbst entdecken und ja, das hängt immer so ein bisschen davon ab, wenn eine Person respektvoll mir gegenüber ist und wirklich interessiert Fragen stellt, dann bin ich da auch gerne da und liefere die Antworten. Wenn ich aber merke, das geht in so einen Angriffsdiskurs, dann bin ich auch nicht mehr bereit, mit der Person darüber zu sprechen, weil das dann, glaube ich, auch nichts bringt. Jetzt hast du es gerade gesagt, oft wirst du nicht ernst genommen oder deine Sexualität oder deine Identität wird infrage gestellt. Kannst du verstehen oder nachvollziehen, woher das kommt? Also ist das einfach vielleicht auch, weil man so selten mit nonbinären Personen in Kontakt kommt und man das Ganze vielleicht gar nicht versteht, also dass die Leute da einfach auch so eine Bildungslücke im Endeffekt haben, die man vielleicht erst mal angehen sollte, also dass auch, jetzt mache ich noch einen Fass auf, auch in Richtung Schulbildung, dass man da vielleicht mal auch den Leuten mehr beibringen müsste. Also ist es vielleicht einfach auch ein Stück weit Unwissen gepaart mit Ignoranz und dann irgendwelchen einfachen Denkmustern, in die man vielleicht da rein verfällt, mit vielleicht dann auch noch ein bisschen Böswilligkeit und Angst und wie auch immer. Aber ist es vielleicht, kurz zusammengefasst, ist es ein Bildungsthema, dass wir da einfach immer noch den Menschen zu wenig beigebracht haben? 100 Prozent, kann ich so unterschreiben. Es ist natürlich auch die Unterrepräsentanz von uns nichtbinären Menschen. Also ich bin deswegen auch so dankbar, dass ich diese Reichweite bei Netflix bekommen habe und mich dahin stellen kann als nichtbinäre Person, um eben auch anderen Kids ein Vorbild zu sein und zu sagen, guck mal, es ist okay, wie du bist. Ich habe es, ich lebe auch noch. Und dieses Thema Bildungslücke ist auch so ein Ding. Ich glaube, die Menschen haben jetzt gerade erst mal verstanden, was es bedeutet, trans zu sein oder was eine Transidentität ist. Und Non-Binary-Trans ist ja nur eine, ich sage mal, Unterkategorie vom Transsein, die ein bisschen abweicht von diesem klassischen Mann-zu-Frau-oder-Frau-zu-Mann-Weg, sondern sich eben so ein bisschen undefinierter dazwischen bewegt. Und ich sage immer, die Bildung fängt eben im Kindesalter an und auch diese Toleranz und Akzeptanz, das kann man Kindern so toll beibringen, auch mit Lehrbüchern, mit Kinderbüchern. Und da können wir auf jeden Fall noch viel, viel mehr machen. Gerade non-binäre Personen, ich habe mit Julia Shaw darüber im Kontext von Bisexualität gesprochen. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass man bisexuelle Menschen trifft, vielleicht noch ein bisschen höher als non-binäre Menschen, weil es vielleicht noch mehr davon gibt oder es vielleicht auch noch ein Ticken akzeptierter vielleicht in der Gesellschaft ist. Aber wenn ich jetzt mir Serien anschaue, wenn ich mir Bücher durchlese, wenn ich Theaterstücke sehe, wenn ich Filme schaue, auch Geschichtsbücher übrigens, also es ist ja nicht so, dass du hast es vorhin ganz eingangs schon angesprochen, das ist ja jetzt kein neues Phänomen oder keine neue Identität, sondern es gab es ja sogar schon irgendwie vor Hunderten von Jahren gab es non-binäre Menschen, wahrscheinlich sogar vor Tausenden von Jahren. Aber es findet halt nicht statt. Also es gibt kaum irgendwelche Filme, wo mal irgendeine Hauptrolle eine non-binäre Person ist. Es gibt kaum Bücher, es gibt keine Serien und so weiter. Müssten wir nicht da auch mal ansetzen? Also dass diese Vielfalt der Identitäten, Geschlechter und sexuellen Ausrichtungen, dass wir die auch wirklich in der Kultur stärker verankern? Auf jeden Fall und ich habe jetzt vor ein paar Tagen gesehen, dass das ZDF eine neue Serie rausgebracht hat, Becoming Charlie heißt die und da geht es wirklich, also da ist die Hauptperson, der Hauptcharakter, eine nicht-binäre Person und da geht es auch um diese Reise der Selbstentdeckung und ich finde es total forward und mega cool vom ZDF, dass die sowas produziert haben und davon darf es wirklich gerne mehr geben, auch mehr in Büchern, im Theater, im Kino, also überall Repräsentanz hilft einfach, Diskriminierung und Vorurteile abzuschaffen, in jedem Bereich und so eben auch bei queeren Identitäten. Ja. Jetzt wird ja dieses ganze Thema auch immer gerne so auf Sexualität heruntergebrochen, also es geht ja immer nur irgendwie in den Köpfen der Menschen, scheint es ja immer, ich habe das jetzt auch, wo ich jetzt auch vor zwei Wochen da ein bisschen stärker in das Thema reingegangen bin, und ich habe festgestellt, auch wenn man mit Menschen spricht, mit vor allem auch heteronormativen Menschen, es dauert ungefähr so fünf Sekunden und dann geht es eigentlich nur noch darum, mit wem denn die Person jetzt irgendwie so ins Bett geht. Also Julia Shaw hat es so schön gesagt, sie hat gemeint, naja, die allermeiste Zeit in meinem Leben habe ich ja keinen Sex und bin Mensch und erlebe ganz viele Dinge. Wie sehr geht dir das dann auf die Nerven, dass alles immer so sexualisiert wird, wenn es um queer sein geht. Also es ist ja, also ich habe mich da echt teilweise aufgeregt, wo ich Gespräche mit anderen Menschen geführt habe, weil es geht immer nur darum, es ist doch eigentlich völlig egal. Also man kann ja auch gar kein Sexleben haben und trotzdem queer sein zum Beispiel. Ja, es gibt ja auch asexuelle Menschen, die darf man ja auch nicht vergessen, die wirklich keinen Sex haben. Und bei mir ist es, ich finde das immer total interessant, dadurch, dass ich manche Leute, glaube ich, so ein bisschen verwirre mit meinem Dasein, sage ich mal. Wissen die Leute, können die Leute meine Sexualität nicht einschätzen und fragen mich auch ganz oft, ganz direkt, stehst du jetzt auf Männer oder auf Frauen? Und ich muss sagen, ich lege mich da nicht fest. Ich würde mich als pansexuell, glaube ich, einordnen. Also ich sehe den Menschen eben im Vordergrund und verliebe mich in meinen Menschen und finde einen Menschen attraktiv. Und es ist auch mega wichtig zu verstehen, dass es eben, dass Identität, geschlechtliche Identität und Sexualität getrennt voneinander betrachtet werden muss. Ja, also eine Transfrau, die homosexuell ist, steht auf andere Frauen oder Transfrauen. Und eine Transfrau, die heterosexuell ist, steht auf Männer. Ja, und das müssen wir eben echt verstehen. Und ich glaube, das ist in der deutschen Sprache so ein bisschen schwierig, weil wir einen Begriff eben nur dafür haben. Und im Englischen gibt es aber Sex and Gender, was eben bedeutet, dein Geschlecht und dein gelebtes Geschlecht. Und ich glaube, das ist auch nochmal so eine Sache, die oft Verwirrung stiftet, die aber eigentlich ganz einfach ist. Man muss sie nur voneinander trennen. Man muss sie, genau, man muss sie vor allem einmal einfach verstehen, dass es zwei unterschiedliche Dinge sind. Und ich glaube, vielleicht konnten wir da heute so ein bisschen Licht ins Dunkel mancher Hörer bringen. Das wäre doch auf jeden Fall mal schön, wenn vielleicht der ein oder andere nach dieser Episode irgendwie rausgeht und der Sleep-Timer bei Spotify dann losgeht und mal ins Bett geht und sagt, okay, aber jetzt habe ich irgendwie zumindest mal ein bisschen mehr verstanden. Deshalb danke dir für die Offenheit, für die Einblicke und die Erklärungen, die vielleicht der ein oder andere als wertvoll erachtet. Ich danke dir. Und jetzt bin ich dafür, dass wir nochmal mit einem Gin & Tonic anstoßen und den Abend ausklingen lassen. Cheers. Danke dir. Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken. Gin & Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.